Hallo und herzlich willkommen bei einer Andreas Drienbacher, persönlich aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, heute mit einer Warnvorhersage. So ähnlich wie die Wettervorhersage gibt es auch bei Mr. T Warnvorhersagen. Und zwar, warum gibt es bei Mr. T Warnvorhersagen? Weil er weiß, was in der nächsten Zeit passieren wird. Und zwar, wir haben jetzt noch nicht das Neujahr, aber das Neujahr kommt ja. Wir sind ja kurz davor vom neuen Jahr. Und was kommt jetzt? Genau, und zwar, da ihr alle gute YouTube-User seid, Facebook, Instagram, was auch immer, kann ich euch jetzt schon garantieren, was am 2., 3., 4., 5., vor allem nach dem Feiertag, nach dem 6. der Heiligen Drei Könige, was da alles auf euch zukommen wird. Was denkt ihr? Der eine oder andere ahnt das schon, genau. Ihr werdet überall bombardiert, auch im normalen TV, auch im Radio, auch in der normalen Zeitungs-Werbe-Bombardiert mit folgenden Angeboten. Wir haben die Super-Diät für dich. Du hast dir vorgenommen, im neuen Jahr, endlich, endlich, nun wirst du es schaffen, deine Top-Figur. Du hast endlich begriffen, dass es so nicht weitergeht und wir helfen dir dabei. Wir haben für dich das perfekte Konzept. Kennt ihr das schon? Das kennt ihr schon. Unterschiedlich ausgeschmückt, mit Blümchen, mit Lämpchen, mit besonders guten Farben, die vom Psychologen natürlich entsprechend ausgesucht wurden, die euch beeinflussen. Und euch sagen, jawohl, ihr seid zu ff-het. Das wisst ihr selber, das muss euch niemand sagen. Ihr seid unsportlich, wisst ihr auch selber, das muss euch niemand sagen. Und ihr wisst es auch. Und ihr wisst auch, das neue Jahr, das neue Jahr ist die Chance überhaupt, die Chance. Endlich werde ich es schaffen. Nichts schafft ihr, gar nichts werdet ihr schaffen. Ihr fallt wieder auf die gleiche Werbung rein, wie jedes Jahr. Jedes Jahr werden Abermillionen an Euro zum Fenster rausgeschmissen. Und zwar sinnlos. Sinnlos. Anstatt die bei mir vorbeizubringen, schmeiß ich sie zum Fenster raus. Klar, bei Mr. T heißt es gegen den Strom schwimmen. Bei Mr. T heißt es, jawohl, ich muss was tun für meinen Erfolg. Das sagen die anderen natürlich nicht. Die sagen, hier, hier haben wir einen schönen Pulvershake. Und einen super Shaker in rosarot für die Frauen, einen hellblauen für die Männer. Den gibt es natürlich gratis dazu, dass man nackt besser aussieht. Ja, und dann gibt es noch ein paar Pillchen dazu. Vielleicht noch ein paar Stromschläge. Vielleicht noch eine dämliche Rüttelplatte, Vibrationsplatte, die man sich um den Kopf bindet. Ja, darf ich mich vielleicht noch ein bisschen lustig machen. Ich mache das seit 30 Jahren mit, dieses Theater. Jedes Jahr dieses Theater, da habe ich mir angucken müssen, wie die Leute ins Unglück rennen. Und zwar ins psychische Unglück. Warum? Weil ihr damit keinen Erfolg haben werdet. Weil ihr den Weg des geringsten Widerstands sucht. Weil ihr nicht in der Lage seid, stärker zu sein wie euer alter, dämlicher, verschimmelter innerer Schweinehund. Der ist einfach zu mächtig. Ihr seid zu schwach. Der überfährt euch. Der überfährt euch locker. Der trickst euch aus. Und genau deswegen gibt es eine tolle Werbung für euch. Die wird überall eingeblendet. Rechts bei Google, bei Facebook. Ach, überall. Überall bekommt ihr die Werbung. Ah, ganz easy. In 15 Tagen 10 Kilo Fett verloren. Was zwar rein rechnerisch nicht möglich ist. Weil 10 Kilo sind 10.000 Gramm. Mal 7 sind 70.000 Kalorien. Und die kann man eben nicht einfach mal so verbrennen. Es klingelt jetzt zwar das Telefon, aber es ist mir bewusst. Weil ich habe wichtige Infos für euch. Und zwar abschließend die wichtige Infos. Also. Es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg gegen den Strom zu schwimmen. Der Weg gegen den Strom führt in die Quelle. Und der ist damit verbunden, dass wir uns bewegen. Der ist damit verbunden, dass wir was tun. Der ist damit verbunden, dass wir alte Laster ablegen. So einfach ist das. Das war es eigentlich schon. Das war es. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Aber es war es schon. Weil ihr wisst nämlich ganz genau, dass es nicht funktioniert. Warum? Weil es jedes Jahr tausende Leute gibt, die ich lerne, die auch kennen. Die haben in den ersten vier Wochen was probiert. Was machen sie? Sie erreichen nichts. Sie sehen im Februar, im März wieder so aus wie vorher. Warum? Weil es hier oben ein Klick gemacht hat. Weil ihnen nicht klar ist, dass es nur eine dauerhafte Maßnahme, ein dauerhaftes Ergebnis gibt. Schlusspunkt, Ende aus Amen. Das war es. Andreas Trinbacher zum Thema. Immer diese Werbung an. Neujahr, wo kein Mensch braucht. Andreas Trinbacher, Pörsentrainer aus Karlsruhe. Zum Thema lasst dich nicht verarschen. Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele von euch kennen mich als Pörsentrainer Karlsruhe. Und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein in meinen YouTube-Channel. Und ihr erhaltet bei mir die wichtigsten Infos und vor allem die ehrlichsten Infos vom ältesten und vom gereiftesten Pörsentrainer. Und ganz wichtig, wehe, ihr abonniert nicht.